Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Renz, in der Tat hätte ich den Kollegen Texter vorhin gerne gefragt, wie er denn das Votum der zahlreichen CDU-Kollegen in den Kommunalparlamenten, die sich grundsätzlich gegen die Reform ausgesprochen haben, interpretiert. Er ist ja mit der Fraktion Die Linke scharf ins Gericht gegangen. Dann müsste er dies mit den Kommunalpolitikern von CDU und SPD in der ganzen Reihe von Fällen. Ich nehme an, Sie haben mindestens die gleiche Anzahl von Schreiben erhalten, wie unsere Fraktion auch tun. Also da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Jetzt könnte man, sehr geehrte Damen und Herren, ja durchaus positiv bewerten, dass diese Volksinitiative voraussichtlich hier eine breite Zustimmung dieses Hauses erhält. Wird denn in der Statistik unter den angenommenen Volksinitiativen geführt? Und es wird dann vermutlich in ein oder zwei oder drei Jahren nicht mehr die Rede davon sein, dass es durch einen Entschließungsantrag ergänzt werden soll und vermutlich mit der Mehrheit auch ergänzt werden wird, der den Sinn und den Inhalt der Volksinitiative völlig konterkariert. Ich werde jetzt an dieser Stelle, Herr Dr. Niseri, weil der Einwurf kam, dass Stimme nicht gleich einmal versuchen, das an ein paar Stellen deutlich zu machen und ich will da aufgrund der begrenzten Redezeit mich da sehr beschränken. Ich zitiere mal den Punkt 3 der Beschlussempfehlung der Fraktionen von CDU und SPD. Zitat, es wird festgestellt, dass das von der Landesregierung erarbeitete Reformkonzept den zentralen Anliegen der Volksinitiative größtenteils Rechnung trägt. Und ich stelle einmal dagegen die Begründung, die Begründung aus der Volksinitiative, erste Seite letzter Satz. Ich zitiere, dieses direkte Verhältnis der Bürger zum Rechtsstaat droht mit der geplanten Anschließung von Amtsgerichten verloren zu gehen. Das trifft vor allem die Schwächeren unserer Gesellschaft wegen des zweifellos größer werdenden Aufwands bei der Verringerung der Zahl von Amtsgerichten und so weiter. Es ging definitiv bei dieser Volksinitiative darum, die Amtsgerichte zu verringern und zwar in einer großen Zahl und der Richterbund wird, und auch dieses Schreiben wird Ihnen vorliegen, nachdem der zweite Arbeitsentwurf dann bekannt wurde, also vor der Volksinitiative, hat sich an dieser Stelle als einer der wesentlichen Träger der Volksinitiative noch einmal sehr deutlich geäußert. In einer Presseerklärung vom 11. Oktober 2012 bringt er zum Ausdruck, ich zitiere erneut, nur zehn selbstständige Amtsgerichte für unser großes Flächenland sind eindeutig zu wenig. Die Idee, die Lücken mit fünf weiteren Zweigstellen zu schließen, ist weder effektiv noch praxistauglich. Zweigstellen haben sich in keiner bisherigen Reform und in keinem anderen Bundesland bewährt. Die räumliche Verlagerung des Sozialgerichts von Neubrandenburg nach Neustrelis wird sich ebenfalls als kontraproduktiv erweisen. Dass eine bürgernahe Justiz nach dem vorliegenden Plänen nicht mehr gewährleistet wird, wird ganz besonders im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte deutlich. Mit der Schließung des Amtsgerichtstermin wird einen großen Landesteil der Zugang zum ortsnahen Gericht verwehrt. Und etwas später heißt es, bedauerlich ist, dass die Landesregierung sich trotz aller kritischen Expertenmeinungen nicht mehr Zeit für eine solche Reform nehmen will. Und wenn man jetzt hergehen will und in einem Entschließungsantrag den Inhalt einer Volksinitiative für sich interpretieren will, dann würde ich zumindest erwarten, dass Sie mit den Antragstellern da ins Gespräch hineingehen und nicht den Eindruck erwecken, Sie hätten sich der Volksinitiative angenommen, um sie anschließend mit dem Entschließungsantrag wieder vollkommen umzustoßen. Das in der Tat ist nicht seriös. Dies ist keine seriöse Landespolitik, meine Damen und Herren. Und ich will in diesem Zusammenhang auf die Anhörung zurückkommen. Ich glaube, jeder, der sie mitbekommen hat, hat in der Tat die Argumente suchen müssen, die für das Vorhaben der Landesregierung gesprochen haben. Ich beziehe mich da zum Beispiel auf den Vortrag, der von Seiten des Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern kam. Der Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern hatte sich in seiner schriftlichen Stellungnahme für den Erhalt der Justiz in der Fläche ausgesprochen und zum Ausdruck gebracht, es komme darauf an, die künftigen Entscheidungen zur Gerichtsreform an den Bedürfnissen der Rechtssuchenden zu orientieren, an ihren Anfahrtswegen und an den noch künftig vorhandenen Strukturen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, CDU und SPD wissen dieses auch. Die Ausdünnung des Nahverkehrs ist gängige Praxis seit Jahren und wird in der Zukunft auch so fortgesetzt werden, zumindest, wenn ich das tun der Landesregierung interpretiere. Und es ist auch eine bekannte Tatsache, dass Mecklenburg-Vorpommern in der demografischen Entwicklung eine älter werdende Bevölkerung enthält, wo es eine Zumutung ist, dass ältere und kränker werdende Menschen den Weg zu ihren Behörden und auch zur Justiz suchen müssen und immer längere Wege in Kauf nehmen müssen. Auch dieses ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in diesem Bundesland. Wer wie SPD und CDU auf der einen Seite der Volksinitiative für den Erhalt einer bürgernahen Gerichtsstruktur zustimmt und dann in Kenntnis all dieser Dinge in einer Entschließung feststellt, dass die geplante Gerichtsreform dem Anliegen der Volksinitiative ja Rechnung trägt, der verhält sich nicht nur widersprüchlich, sondern er missachtet und das ist, finde ich, in dem ganzen Komplex aus meiner Sicht der umfassendste Vorwurf. Er missachtet bewusst das direktdemokratische Element einer Volksinitiative und den sich darin äußernem Willen von mehr als 35.000 Bürgerinnen und Bürger, die diese unterstützt haben. Dass die Volksinitiative im Widerspruch zu der geplanten Gerichtsstrukturreform steht, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal ausdrücklich festhalten. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie wären Initiator oder Unterstützer einer derartigen Volksinitiative und würden dann erleben, wie der Landtag diese über einen Entschließungsantrag uminterpretiert. Ich glaube, Sie würden sich überlegen, ob Sie eine solche Initiative denn noch einmal anstrengen würden. Das, glaube ich, ist kein gutes Beispiel für den Umgang mit einem positiv zu bewertenden Bürgerwillen, der sich dann in dieser Initiative zum Ausdruck gebracht hat. Nun kommt der Vorwurf, der kam ja vorhin auch vor den Vertretern der CDU und der SPD. Wo bleiben denn die konstruktiven Vorschläge der Opposition? Ich weiß, es gibt ja inzwischen einen Gesetzesentwurf, der irgendwo grassiert. Wir haben den noch nicht gesehen, beziehungsweise uns liegt er vor, aber aus anderen Quellen. Herr Renz, mich würde extrem wundern, wenn Sie den noch nicht kennen. Ehrlich? Ja, ich stelle Ihnen den gerne mal zur Verfügung. Dann können Sie mal reinschauen. Der greift im Wesentlichen das auf, was im zweiten Arbeitsentwurf drin steht. Also keine wirklichen Überraschungen. Aber die Frage an dieser Stelle, Herr Renz, war ja, wo ist der konstruktive Beitrag der Opposition? Und wenn Sie in der Sitzung, gewesen wären, die die Anhörung beinhaltet hat, dann hätten Sie dem Sachverständigen des Deutschen Beamtenbundes aus Brandenburg genüsslich zuhören können, weil da war die Alternative gefasst. Und zwar die Frage, muss sowas jetzt übers Knie gebrochen werden oder braucht man etwas anderes als ein Kienbaum-Gutachten von 1994, um eine wissenschaftliche Grundlage zu haben, um eine derartige Reform zu machen. Und ich will an dieser Stelle auch einmal wiedergeben, was dort gesagt worden ist zu den Ergebnissen in Brandenburg. Und das ist ganz genau auch der Vorschlag, den meine Fraktion im Augenblick trägt. Der Landesbund Brandenburg, das DBB-Beamtenbund und Tarifunion berichtete, das Land Brandenburg habe sich nach sechs Jahren intensiver Prüfung für den Erhalt aller Amtsgerichtsstandorte und somit für den Erhalt einer bürgernahen Gerichtsstruktur entschieden. Das Land Brandenburg habe die Grenze des Sparens dort gezogen, wo die Aufgabe von Gerichten auch die Aufgabe von Präsenz des Staates bedeutet. Amtsgerichte sind, und das will ich besonders unterstreichen, stolze Einrichtungen, die dem Standort Würde verleihen. Fragen Sie hierzu die Bürgermeister der Städte und in denen Amtsgerichte angesiedelt sind. Da bin ich wieder bei den CDU- und SPD-Kommunalpolitikern. Amtsgerichte seien aber auch Wirtschaftsfaktoren, da Arbeitsplätze vor Ort auch die lokale Wirtschaft unmittelbar unterstützen. Eine bürgerfreundliche Justiz sollte sich nicht vorschnell aus dünn besiedelten Gebieten zurückziehen, sondern Präsenz zeigen. Ein bestehender Reformbedarf könne durch eine Expertenkommission unter umfassender Einbeziehung der Beteiligten vor Ort ermittelt werden. So können praktikable Modellvariationen und Alternativlösungen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten erarbeitet werden. Die Brandenburger sind an dieser Stelle schlicht und ergreifend weiter. Dies ist unser Vorschlag, eine fundierte, grundsätzliche Untersuchung unter Einbeziehung von Experten hineinzunehmen und nicht mit Arbeitsentwürfen und Gesetzesentwürfen hausieren zu gehen, an dessen Ende man feststellt, man hat das Falsche gemacht. Ich warne davor, dies so umzusetzen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.